Das ist einfach nur ein schneller Tipp von mir, wie ihr günstig euren Siebträger zu einem smarten Siebträger umbauen könnt. Eines der besten Upgrades für das wenigste Geld, das ich bis jetzt je gemacht habe. Hi Edi, momentan ist es in Mainz teilweise bewölkt bei 19 Grad. Heute wird es regnerisch bei Temperaturen zwischen 16 und 28 Grad. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Eine Sache, die mich auf jeden Fall schon immer gestört hat, ist, dass der Siebträger so lange braucht, um aufzuheizen. Oft war es so, dass ich von einer Wanderung nach Hause kam, richtig Lust auf einen Kaffee hatte, von der Arbeit gekommen bin oder einfach mit Freunden zu mir kam. Und dann mussten alle, auch ich, erstmal eine halbe Stunde auf einen Espresso warten. Das fand ich blöd und für mich war die Lösung eigentlich nicht klar. Ich brauche eine smarte Steckdose. Beim Suchen hat sich aber für mich immer ergeben, dass ich eine Bridge brauche. Egal ob Ikea Trattfree oder Philips Hue, alles brauchte eine Bridge, 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 Bridge. So eine Bridge kostete aber gut und gerne mal 100 Euro, nur um dann nochmal 30 Euro für die Steckdose draufzulegen. Das war mir zu viel. Als ich dann letztens im Baumarkt war, um mir destilliertes Wasser zu kaufen, welches ich für meinen Kaffee verwende, Video zum Abgleich hier oben, bin ich durch die Elektroabteilung gelaufen und mir ist eine Steckdose ins Auge gesprungen. Für 9,99 Euro von überall steuerbar. Die Verkäuferin meinte, das geht gar nicht, das funktioniert nur im gleichen WLAN. Aber für 9,99 Euro musste ich diese Steckdose mal mitnehmen. Und deswegen habe ich hier eine Link to Home von der Firma REF zu Hause und habe die natürlich direkt mal eingerichtet und konnte direkt meine Steckdose per WLAN steuern. Ja, hier ist es aber auch schon, per WLAN. Dachte auch schon, die Verkäuferin hatte recht, denn als ich das WLAN ausgemacht habe, ließ sich die Steckdose nicht mehr steuern. Ich war also kurz davor, die Steckdose wieder einzupacken und zurückzubringen, als mir dann aufgefallen ist, dass die mit Google Home kompatibel ist. Schalte die Kaffeemaschine an. Gerne, ich schalte die Kaffeemaschine ein. Hey Google, schalte die Kaffeemaschine aus. Alles klar, die Kaffeemaschine wird ausgeschaltet. Und dann ist es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Das Google Hub oder auch Amazon Alexa funktionieren nämlich als eure Bridge zur Steckdose. Denn sobald einmal die Steckdose im Google oder Amazon ein Ökosystem ist, braucht ihr keine separate Bridge mehr. Und dadurch kann ich jetzt meine Kaffeemaschine von überall steuern. Ich brauche keine separate Bridge. Und das Ganze habe ich nicht mal 10 Euro gekostet. Ich packe euch einen Link zu dieser Steckdose unten in die Kommentare. Was sie jetzt für mich ergeben hat, ist, dass ich bevor ich nach Hause komme, meine Maschine anmache. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, die Maschine schon mal anmache. Und noch besser, ich kann die Maschine jetzt in meine Tagesabläufe von Google Home einfügen. Wenn ich also morgens aufstehe, lasse ich mit dem Weckerklingeln die Maschine direkt aufheizen. Ich könnte sogar 15 Minuten vorm Weckerklingeln die Maschine aufheizen lassen. Dadurch ist sie immer bereit, wenn ich morgens einen Kaffee trinken möchte. Das hat wirklich meinen Kaffeekonsum stark gesteigert, aber mir alles erleichtert, wenn es ums Thema Kaffee geht. Falls ihr also auch ständig nach einer smarten Steckdose gesucht habt, euch aber alles zu teuer war, versucht es doch auch mal mit der REV Link to Home Steckdose. Und vielleicht macht es ja euer Leben genauso einfach wie meins jetzt. Also bis zum nächsten Mal, wenn es dann wirklich wieder um Kaffee geht. Ich habe das nächste Video schon in der Pipeline. Ich freue mich richtig drauf. Das wird ein Riesenprojekt, aber ich will nicht zu viel versprechen. Ich wünsche euch was und bis bald. Ciao.